Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Altcoin Update Video und zwar werden wir uns heute Gala etwas genauer angucken. Ich glaube um Gala ist es in den letzten Tagen oder ist keiner drum rum gekommen, nachdem wir hier einen enormen Pump gesehen haben. Wir sind hier über 100% gepumpt innerhalb weniger Tagen, mit was das zu tun hat und ob das so weitergeht. Das schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Video an, doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Gut und damit würde ich sagen, habe ich genug Eigenwerbung gemacht, wir starten direkt durch, momentan Traden wir brauchen ungefähr 0,04 US-Dollar Cent bei Gala. Wir haben hier ein Phänomenal, also wirklich einen phänomenalen Pump für einen Bärenmarkt gesehen. Von unserem Low bei 0,01 US-Dollar Cent bis nach oben zur Spitze auf 0,05 US-Dollar Cent sind wir in kürzester Zeit um 232% nach oben hingepumpt. Wir haben uns ja schon ein bisschen eher eingekauft, sind aber immer noch, glaube ich, deutlich im Minus, ich weiß gar nicht mehr, wann wir genau gekauft haben. Trotzdem, wir haben jeglichen Widerstand durchbrochen, der Boden wurde schön gebildet, ohne wirkliches Volumen, wenn das wirklich schon der Boden war. Wir müssen immer noch vorsichtig sein, wir sind immer noch in einem Bärenmarkt, also hier aufpassen und danach ging die Rallye los. Aber warum ging überhaupt die Rallye los? Und zwar hat es damit zu tun, Gala Games erwirbt Ember Entertainment. Anscheinend steckt das Spielestudio hinter dem beliebten Play-to-Earn-Game, Walking Dead Empires. Ich habe keinen Plan vom Zocken oder Sonstiges. Sieht für mich irgendwie komisch aus, sieht für mich schon wieder so aus wie auf TikTok. Zehn Leute irgendwie Werbung für irgendein Spiel macht, was Müll ist. Aber für Gala hat es ganz gut ausgesehen. Wir haben den ehemaligen Widerstand, also wir hatten hier ein bisschen Support, sind dann drunter, dann war es ein bisschen Widerstand. Und als Support wieder geflippt und danach ging der Run erneut los. Ja, was jetzt aber hier ganz wichtig ist, und da blicken wir ganz kurz auf den Daily-Time-Frame, ist, wir haben kein höheres Hoch geschafft. Und das ist so momentan der Punkt, warum ich ein bisschen vorsichtig wäre, jetzt noch Gala hinterherzuspringen. Das könnte eine Relief-Rallye einfach gewesen sein. Wir haben es nicht geschafft, mit einem Daily-Close über diesen 0,05 US-Dollar-Cent eben drüber zu kommen. Man sieht es hier, wir hatten hier eine Daily-Supply-Zone. Klar, die ist durch jetzt. Ich lasse trotzdem mal drin, weil ich hier Daily-Close drüber sehen möchte. Wir hatten dann hier das erste Mal Widerstand, dann ging die Korrektur weiter und jetzt eben wieder, wieder nur an dieses Level gekommen und sofort wieder zurückgewiesen. Jetzt gilt es erstmal hier ein bisschen zu stabilisieren und einen neuen Anlauf zu starten. Kriegen wir hier jedoch wirklich ein höheres Hoch rein auf Daily-Sicht, bestätigen hier diese Range, dann kann die Reise natürlich weiterhin nach oben hingehen. Aber wichtig ist, wir brauchen hier auf jeden Fall ein höheres Hoch. Solange befinden wir uns in einem Downtrend, klar, wir können jetzt hier die Linie ziehen auf den Lock-Chart und sagen, okay, wir sind aus diesem Downtrend möglicherweise ausgebrochen. Das stimmt auch erst einmal. Gefällt mir auch ganz gut. Trotzdem, solange wir kein signifikant höheres Hoch haben mit einem Daily-Close, sind wir hier immer noch in einem Bärmarkt und damit auch noch in einer Korrekturphase. Das heißt für uns, wichtig wäre erst einmal vielleicht nochmal ein bisschen Stabilität, beziehungsweise hier unten in diesem Bereich um 0,025 US-Dollar-Cent vielleicht nochmal anzutesten. Klar, wir wurden hier schon getestet auf Daily-Sicht trotzdem. Wenn wir jetzt natürlich unsere Vektoren angucken, seht euch das einfach mal an. Auf dem Daily, klar, nur hier oben ein kleiner Vektor. Aber wenn wir jetzt wieder in die kleineren Timeframes reingehen, zum Beispiel auf den 4-Stunden-Chart, seht ihr ein Vektor, zwei Vektoren, Stopping-Volume. Spricht eher dafür, okay, Korrektur wird jetzt langsam eingeleitet. Trotzdem, wir haben hier noch zwei Vektoren und das würde perfekt hier unten für die 0,025 US-Dollar-Cent passen. Wenn wir jetzt hier noch einen Doppeltop reinkriegen, was es danach momentan aussieht, klar, Volumen nimmt nochmal zu. Hier oben liegt noch eine Menge Volumen, würde sehr, sehr gut dazu passen, Doppeltop hier oben zu bilden mit einem höheren Hoch, aber nicht auf Schlusskurs, wirklich nur mit einem Wig. Und dann die Korrektur eben einzusetzen und dann hier unten eben, sag ich mal, kleinen Bounce dann zu sehen. Das wäre dann für mich eher schon die Möglichkeit, hier unten im Boden zu sehen. Auf Daily-Sicht würde es ganz gut passen, auf 4-Stunden-Sicht würde es ganz gut passen und dann auch möglicherweise um neue Nachkauf-Level zu sehen. Aber dafür müssen wir erst hier runterkommen. Gleichzeitig schauen wir uns nochmal dazu das Golden Pocket an. Seht ihr auch, okay, 0786er würde nämlich hier auch hier unten liegen. Und 0786er ist immer so der letzte Support, sage ich mal, Golden Pocket kann man mal durchbrechen. Aber Stop-Loss soll ja immer unter 0786er liegen und da würde das auch hier sehr, sehr gut passen. Also das heißt, die Confluence in diesem Bereich ist sehr, sehr stark, spricht momentan eher dafür, okay, wir sehen bei Ghana noch einen größeren Dump, der aber absolut überfällig ist, meines Erachtens nach. Klar, es würde von jetzigen Leveln, wollen wir jetzt mal ein bisschen optimistisch scheinen, 42 bis 40 Prozent Dump bedeuten. Aber dafür könnten wir dafür dann den Downtrend durchbrechen, wir würden diese Trendlinie durchbrechen, beziehungsweise nochmal bestätigen und werden die Vektoren nach unten hin auch wieder aufgefüllt. Wir könnten hier Stabilität reinbringen und dann ist für mich Gala auch bereit dafür, wirklich ein höheres Hoch zu bilden, wirklich ein Breakout zu schaffen. Und dann wäre hier das nächste Ziel, die 0,15 US-Dollar Cent. Das heißt, es wären hier nochmal 3x möglich, hier oben haben wir fetten, fetten Widerstand, klar, dazwischen gibt es immer mal so ein paar heikle Zonen, die 0,072, aber 3x-Potenzial wäre auf jeden Fall noch da. Gut, und damit war es das vom Video, vielen Dank für eure Wünsche, gerne, wenn ihr noch irgendwelche Altkommunenwünsche habt, schreibt sie unten in die Kommentare rein, dann gehe ich das natürlich an. Und ansonsten war es das von meiner Seite, Like da lassen, Abo da lassen und natürlich in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinscheuen. Das war es von mir, bis zum nächsten Video wieder, bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto!